Guten Tag meine lieben Leute, heute zur ersten Ausgabe aus ShareCoinHunter. Wir sind an einem schönen Feld, schöne Sachen liegen da. Aber starten wir mal den XP Deus. Ich habe ein eigenes Programm, das nennt sich Ackerprogramm. Mit Disc 5, mit der Sense 90, obwohl wir es jetzt auf 92 erhöhen können. Mit 25,4 Kilohertz. Das ist die 28 cm X35er-Schwule. Die ersten Lautstärke 1. Reaktion Zeit 3. Und Audio Response 4. Ja, da machen wir jetzt mal. Also gehen wir mal ein bisschen mehr rein. So haben wir ja alles. Gehen wir da mal ein bisschen rein. Dass wir die geile Ground Balance machen können. So. Das ist hoch. Dann machen wir halt die Ground Balance. So. Mit Puppen. Puppen wir mal so. Wir haben hier eine Ground Balance von 74. Ja. Dann werden wir zur Sicherheit auf 75 erhöhen. So. Ja, das waren mal meine Einstellungen. Ja, dann lass uns starten, ne. So. Ja. Na. So, ein Matheer, der springt bei 70, 80, 81 herum, dann schauen wir mal, was ein schönes sein kann. So, ist noch drin, ich glaube, ich sehe, ich sehe schon, ein Junge, könnte schon wieder rauslassen. Oder ist es, oder ist es, oder ist es, ne, jetzt noch Holz. So. Ach, Alter, das Feld ist sehr gatschig, aber, ja, das hindert uns nicht, aus Feld zu gehen. Schauen wir mal. Na. Ach, Alter. Ach, ist das noch Alter. Na, wo ist es? Ach, jetzt auf 40. Jetzt ist es ganz egal, aber wurscht. Schauen wir mal. So. Ihhh, das ist bitte an der Schaufel. Was ist draußen? Na. 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 Wurscht. Das braucht so lange. Ist sicher irgendwie ein kleines. Genau, irgendwas kleines. Auf jeden Fall. Ich schätze mal, ein, ja, ein Nagel gibt's auf dem Feld auch viele. Ohne. Ach. Okay. So, zeigt mir, ein Maid jetzt vom 6 an. Hört sich aber ziemlich gut an. Was ist da draußen, oder? Es ist ein schöner Nadel. Also schön ist gut, aber scheiß Dreck Nadel. Ich will uns so schön sagen, oder? Ich mag keine Sau. Ich bin schon ein Tick auf der Bahn. Lass mal da. Ich bin schon ein Tick auf der Bahn. Ich bin schon ein Tick auf der Bahn. Und ich bin schon ein Tick. Die Lektion immer neu die Kohle essentiegel die schon in die 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 Humphle Das ist schon ein bisschen zu ihm, boah, ja, es gehört da, sieht nur das Zahn, ja, haben wir schon, ja, scheiße, hier gilt was, Kehrt leider aufzubauen, ne, Ah, da, vier Sekunden, nicht stoppen, ja, 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 wo bist du? Äh, ja, ja, Es geht an der Schaufe. Fütterfache Nicht stabil so hoch zu machen, weiter. Was ist denn die? Das war tos, ich hatte eine Münze, ist ein Stein. Ok, 70er Leitwirt. Gut, gut, rein. Was ist denn draußen? Was haben wir da? Oh, ein bisschen anhängen oder? Einen kleinen Löffel. Schauen wir uns daheim an. Haja, die Funde werde ich leider nicht im Video zeigen. Die gibt es dann immer, wenn es gute sind, auf meinem Instagram. Da heiße ich austrian-koren-hunter-1210. Schaut vorbei, abonniert mich und liked die Bilder und die YouTube-Videos, wenn es geht. Schön, dass ich Hunger bis! Das ist schon nicht passiert, ihrures Manual und ist zurückz스 Sinner, wo eine unterschiedliche Pleine drinsteht. н Turmen die Lorten nur im Video-Beammer. Ich hoffe euch stört der Wind nicht so im Video, das war halt ein blödes, da ist wieder 6er Leitwert, ich schätz mal wieder so nen Nagel, aber ich bin neugierig aufs Signal, nicht auf den Leitwert, oh, ich glaub das ist was grosses, was bist denn du? Ah, ist jetzt ne gute Frage, schau mal was muss da am an, so, noch zu, weiter geht's, okay, 81er, 84er, Leitwert, haben wir mal, so, noch zu, weiter geht's. So, noch zu. So, noch zu.